Guten Morgen am Sonntag Rogate in der Gnadenkirche. Heute möchten wir den Choral Nummer 117 singen und ihn ein ganz klein wenig vorstellen. Er ist nämlich nicht so bekannt. Er wurde von Jürgen Henkes 1983 aus dem Englischen ins Deutsch übertragen. Und wir finden, er hat eine sehr, sehr schöne Melodie. Es ist ein Osterchoral. Es ist nämlich immer noch österliche Freudenzeit. Bei uns zu Hause stehen auch noch die Hasen auf dem Tisch. Und zum Beispiel am Ende gibt es eine große Bewegung. Die beginnt um den Grundton und wiederholt immer wieder. Doch nun ist er erstanden, 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 erstanden. Er holt viermal Schwung, um immer wieder zu sagen, also die Melodie holt immer wieder Schwung, um viermal zu sagen, er ist erstanden. Und das passiert auch in jeder Strophe. Spätestens da, wenn Sie mal der dritten Strophe sind, könnten Sie eigentlich gerne mitsingen, denn haben Sie es ja so oft gehört. Probieren Sie mal. Und das passiert auch in jeder Strophe. Und das passiert auch in jeder Strophe. ZEBEN 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 ZEB Da braucht man ja richtig viel Luft. Die ist ja ganz schön lang. Da muss man ganz tief einatmen, damit man da gut durchkommt. Aber die Orgel, die braucht ja auch Luft. Ja, ja, das sind ja Flöten und Pfeifen, die da in dem Gehäuse stehen. Die Orgel hat einen Blasebalg. Wenn man ganz leise ist, hört man ihn auch rauschen, zumindest hier oben an der Orgel. Und der bläst die ganze Zeit in einem großen Blasebalg mit Lederwänden und der kann sich auf und ab bewegen, obendrauf liegen Steine, damit immer ein gleichmäßiger Druck ist, egal wie viel Flöten ich gleichzeitig und Pfeifen ich gleichzeitig aktiviere und anspiele. Früher war das doch so, da gab es ja die Kalkanten. An manchen Orgeln gibt es heute noch so einen Registerzug, der Kalkant heißt. Und das waren doch dann meistens Jungs oder Kinder, die Konfirmanden, die dann treten mussten. Die mussten richtig treten, genau. Damit Luft hier überhaupt reinkam. Ich glaube, vielen ist gar nicht so bewusst, dass die Orgel ein Luftinstrument ist, dass sie also im Unterschied zum Klavier, das wird ja mit Tasten und Hämmerchen angeschlagen, dass sie ja atmet in der Tat auch. Vielleicht können wir das ja mal vorführen, wie das klingt, wenn man der Orgel die Luft abdreht. Ich würde mir schlagen, du spielst jetzt einfach mal was und ich mache dann den Motor aus. Ich würde mir schlagen, du spielst du spielst du spielst du spielst du spielst du spielst du spielst. Ich würde mir schlagen, du spielst du spielst du spielst du spielst du spielst. Ja, das klingt relativ interessant, aber fast ein bisschen jämmerlich, wenn sie plötzlich keine Luft mehr hat und nicht mehr weiter singen kann und klingen kann. Etwas anderes Besonderes an der Orgel ist ja, wenn ich hier so sitze, dann ziehst du mir immer vor der Nase hier herum irgendwelche Sachen raus und da drüben auch. Was hat das denn auf sich? Das sind die verschiedenen Register. Mit diesen Registern kann ich die Klangfarbe der Orgel jeweils verändern. Und da steht zum Beispiel Rohrflöte 8 und ein kleiner Strich, das heißt dann Rohrflöte 8 Fuß. Denn die Flöte, die auf der letzten, auf der tiefsten Taste steht, ist 8 Fuß. Also ein altes, mittelalterliches Maß, also etwa 27 Zentimeter, 8 Fuß hoch. Und die klingt so. Und wenn ich jetzt das andere Register, ich lasse die Taste immer gedrückt, ein anderes Register ziehe, nämlich ein 4 Fuß, dann ist die genau eine Oktave höher. Und der 2 Fuß ist noch eine Oktave höher und der 1 Fuß noch eine. Und wenn ich die jetzt miteinander kombiniere, zum Beispiel 8 und dann den 4 Fuß dazu, 2 Fuß dazu, 1 Fuß dazu, dann entsteht dieses größere Klangbild. Oder wenn ich was auslasse zwischendurch, kann ich mit verschiedensten Kombinationen verschiedene Klangfarben machen. Aber es gibt ja auch einzelne Register, die klingen eigentlich so, als sei das ein anderes Instrument. Also zum Beispiel die Waldflöte hier. Wie kommt das denn dazu? Ja, die Orgel versucht immer, Instrumente sozusagen zu imitieren. Es gibt also Wald, wie hier jetzt die Waldflöte, es gibt auch Zungenpfeifen. Das sind dann Pfeifen, die werden nicht wie eine Blockflöte. Da wird der Ton nicht wie eine Blockflöte hervorgebracht, indem die Luft gebrochen wird durch ein Labial, durch ein Pfeifen sozusagen, das man in Luft ins Schwingen bringt, sondern durch eine Zunge, durch eine Metallzunge, die fängt dann an zu schwingen und bringt so die Musik, den Ton hervor. Und so versucht die Orgel sozusagen verschiedene Instrumente zu integrieren in ihren Klang. Lass uns doch mal die Waldflöte hören. Das klingt wirklich wie eine Flöte, finde ich. Ja, sehr schön. Und der Prinzipal, warum heißt der so? Ich vermute mal, da steckt der Prinzeps, der Fürst hinter, oder? Kann das nicht sein? Das ist so ein Grundregister, was man immer zieht, um so eine gewisse Grundlage und Basis zu haben. Ja, und der ist sehr kräftig. Wenn man genau hinhört, wenn der Ton beginnt. Dann sagt der Orgelbauer, er spuckt beim Anpfeifen, beim Anschlagen, beim Anblasen. Und dann gibt es auch noch Register, die haben pro Taste mehrere Pfeifen. Zum Beispiel die Mixtur, das sind vier Pfeifen auf einem Ton. Das ist der Alterer, da haben wir ja vor uns, wenn ich das nur einmal rausziehe, zur Hälfte kommt ein Ton und noch einmal kommt ein Zweiter dazu. Und das ist hier an dieser Eure mein Lieblingsregister in der Kombination. Aber noch eine weitere Besonderheit ist ja, du machst ja auch da was mit den Füßen. Wie geht das denn? Ist das praktisch genau wie mit den Tasten? Das ist das gleiche wie mit den Tasten, nur dass ich diese Tasten hier unten mit den Füßen bewege. Ja, also kannst du auf dieser Orgel auf drei Ebenen spielen, also sozusagen dreidimensional. Kannst du uns das nochmal zeigen, also hier kann eine Hand spielen, hier kann eine Hand spielen und die Füße spielen praktisch auf einer eigenen Tastatur dann auch noch dazu. Das ist ja anders als beim Klavier, da ist das Pedal ja nur dazu da, dass die Töne entweder gedämpft oder mit dem rechten Pedal eben etwas verlängert werden. Aber hier ist es eben ein eigenes Manual, praktisch eben wie hier oben bei den Manualen für die Hände. Ja, und damit kann ich sozusagen bestimmte Klänge hervorheben, also so als ob ich mit drei, ich bin sozusagen in einer Person wie drei Musiker. Oder wie vier Musiker, meine linke Hand sind es zwei Begleitstimmen, dazu kommt der Bass und der Fuß. Und meine rechte Hand ist jetzt die Solistin. Und so kann ich zum Beispiel mit dieser Solostimme sehr schön bei der Gemeindebegleitung den Leuten unten helfen, dass sie sich sozusagen an dem Laubsen orientieren können durch den Choral und die anderen, linke Hand und Bass, also Füße, sind dann die Begleitung. Jetzt haben wir ja schon gehört, wie ein einzelnes Register klingt, ganz alleine. Kannst du uns denn auch einmal hören lassen, wie es klingt, wenn alle Register gleichzeitig klingen, also wenn die Orgel so laut spielt, wie sie nur kann? Das ist sozusagen der Tutiklang und ich kann auch die Manuale koppeln, dass ich hier unten spiele. Die Geisterhand kommt mit den oberen Händen dazu und den Augen um die Füße, oben wünschen dir und das klingt dann so. Ich glaube, jetzt kann man sich ein bisschen vorstellen, warum man früher immer sagte, die Orgel ist die Königin aller Instrumente, weil sie so viele Möglichkeiten hat, stimmen selbst die Glocken mit ein, so viele Möglichkeiten hat, unterschiedliche Klangfarben hervorzuzaubern, ganz zart, ganz leise und so gewaltig und groß zu spielen. Aber ein Geheimnis hat sie ja noch, hier sind ja schon so Türen und dahinter sieht man ganz, ganz viele Pfeifen. Wie kommt das denn, dass die Pfeifen klingen? Jetzt stehen wir hier oben in der Orgel drin und können einmal gucken, wie das hier mit den Pfeifen aussieht, denn die Pfeifen machen ja den Klack. Ja, wir sehen jetzt, dass manche Pfeifen aus Metall sind, aus einer Zink- und Zinnlegierung oder Blei und manche Pfeifen auch aus Holz. Und die Holzpfeifen haben zum Beispiel oben so ein Hütchen auf und an diesem Hütchen, wenn ich ihn rauf- oder runterziehen würde, das tue ich jetzt nicht, würde sich die Tonhöhe verändern. Bei den Pfeifen sind das die aufgewickelten Metallrollen, wie Schnecken am Ende. Wenn man die auf- und runterzieht, dann wird der Ton höher oder tiefer. So kann der Orgelbauer stimmen. Aber wir wollten ja auch gerne ergründen, wie das kommt, dass die Pfeifen überhaupt klingen können. Wir haben ja schon gesehen und erfahren, das hat was mit dem Wind zu tun, der durch den Motor erzeugt wird, also die Luft. Aber wie kommt denn jetzt die Luft in die Pfeifen rein? Die Luft kommt erst von dem Motor in den Blasebalk und vom Blasebalk in die sogenannte Windlade. Und auf dieser Lade stehen die Pfeifen, wie die Orgelpfeifen, nebeneinander aufgereiht. Und sie stehen auf einer Öffnung mit ihrer Spitze, mit ihrem Mund sozusagen. Und wenn ich eine Taste drücke, dann wird mit einem Ventil genau diese Pfeife, da hat dieser Raum geöffnet. Und es kommt Luft in die Windlade, wo diese Pfeifen stehen, dieses Tones, und dann kann sie klingen. Also indem du eine Taste anschlägst, öffnest du sozusagen die Windzufuhr und dann wird die Pfeife durch die Luft, die darunter steht, angeblasen. Als ob wirklich jemand hineinpusten würde. So kann man sich das vorstellen, oder? Ganz genau so. Und wie das aussieht, das Anschlagen der Taste, also der Weg von der Taste zum Ventil, das können wir uns nochmal unten angucken. Wenn man mal übrigens hier oben auf die Empore kommt, sieht man, dass da so links neben der Orgel, neben dem Orgelkasten, noch Holzpfeifen stehen. Das ist nämlich die größte Pfeife. Das ist der Subbas, 16 Fuß. Also diese Pfeife ist 16 Fuß hoch, das sind etwa 3,20 Meter etwa, glaube ich, 16 mal 27. Und in den großen Kathedralen, da gibt es den 32 Fuß, da ist die Orgel so hoch, dass sogar ich mich da hineinstellen könnte. Also nicht nur in der Höhe, sondern auch in der Breite. Also das heißt, je größer die Pfeife, desto tiefer der Ton. Und je kleiner die Pfeife, umso höher der Ton. Und hier sehen wir jetzt die allerkleinsten Pfeifen und die klingen ganz hoch. Jetzt sind wir also von der allergrößten, tiefsten Pfeife hier zur allerkleinsten gekommen. Und die gehen jetzt wieder schlafen. Was machst du denn da eigentlich mit diesen Klappen? Muss man die abends immer zumachen, damit die kleinen Pfeifen im Dunkeln gut schlafen können? Oder wo sind die da? Nein, das muss man nicht. Also man muss es nicht zumachen. Im Gegenteil, die soll immer offen bleiben, damit immer die aktuelle Raumtemperatur sozusagen auch sich da drin befindet. Nein, das ist ein sogenannter Schwellkasten. Mit diesem Ton, mit diesem Kasten, mit diesen Türen kann ich die auf und zu machen und dementsprechend werden die Pfeifen lauter und leiser. Das ist eine Errungenschaft aus der romantischen Ordemusikzeit, also dem Ende des 19. Jahrhunderts. Eigentlich bedient man das hier unten mit einem Fuß, der dann die Türen bewegt und dann müssten sie auch ganz und gar hier beschlossen sein. Das wird nicht so gut, wie gar nichts rauskommen kann. Hier sind da so kleine Spalten noch und dann kann man eben wie auf dem Klavier laut und leise mit der Ohre spielen, ohne die Klangfarbe zu verändern. Also mit dem gleichen Klang, vollen Orle könnte man ganz leise spielen. Wow, Schwelle, den Ton Schwelle, das nennt sich auch Schweller. So, ich wollte dir noch zeigen, wie denn die Taste sozusagen zur Pfeife kommt. Und das ist ganz einfach, Orle ist eigentlich nur ein Bausatzsystem. Dann nehme ich mal eben hier diese Kiste weg und schon sind wir drin. Und jetzt sehen wir hier nämlich, wenn ich hier eine Taste spiele, dann ist das hier wie eine Wippe und dann wird dann da wieder gezogen und hier wird sich übertragen und dann wird das hier gezogen. Wenn ich hier so ziehen würde, dann ziehe ich die jeweiligen Ventile, die dann dazu bringen, dass die Kammer aufgeht, auf denen die jeweiligen Pfeifen stehen. Musik 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 Und ich weiß nicht, ob das mit der Kamera geht, wenn man da ganz reinguckt, da sieht man so rote Pakete. Musik Ja, da sieht man es jetzt. Das sind in Papier eingepackte Ziegelsteine, die auf dem Blasebald liegen. Und jetzt hört man auch das Rauschen. Musik Und da ist der Luftspeicher. Musik Jetzt gehen wir runter. Musik Du hast ja gerade gesagt, es ist eigentlich ein Bausatz, die Orgel, aber es ist natürlich auch eine höchst komplizierte Angelegenheit, Orgel zu bauen. Und das ist ja auch ein eigener Beruf, Orgelbauer, weil das in der Tat eine Wissenschaft für sich ist, diese Feinabstimmungen vorzunehmen und die Pfeifen richtig zu bauen, welches Material man nimmt. Und da gibt es so viele Dinge, die man lernen kann und lernen muss, um eben so ein schönes Instrument zu erbauen. Und jede Orgel ist in der Tat ganz, ganz anders. Denn die Frage, welche Pfeifen stehen darin, wie klingen diese Pfeifen, wie genau ist diese Traktur, also die Verbindung gebaut, ist es elektronisch oder wie hier mechanisch, was eigentlich besonders schön ist. All das kann eben sehr unterschiedlich sein und macht dann letztlich die Individualität der Orgel aus. Also jede Orgel ist eigentlich auch eine eigene Person. Und um nochmal die Vielfalt unserer Orgelklänge darzustellen, spiele ich jetzt ein bisschen, vor allem unter dem Aspekt, Ihnen viele Klangmöglichkeiten vorzustellen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020